Dere Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man es am Video schon erkennen kann, beziehungsweise am Timetable erkennen kann, ist das ein Video, das außerhalb der Norm ist. Ich habe mich hier hingesetzt, weil es aktuell eine akute Situation gibt, die mich sehr bedrückt, belastet und ich einfach nur furchtbar finde. Und ich habe mich entschieden, meine momentane Emotionswelt mit euch zu teilen und auf das einzugehen, was aktuell passiert. Wer mir auf Instagram folgt, wird auch mein Statement auf Instagram gelesen haben, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es ist eine aktuelle Lage, die für mich einfach eine Katastrophe ist. Ich verliere am Tag zwischen 100 und 200 Follower, heute waren es sogar 400, habe weniger Views und lese immer wieder in meinen Kommentaren, dass Leute, Zuseher und auch Leute, die mich wirklich mal gefeiert haben, nicht mehr bereit dazu sind, meine Videos zu sehen oder mich in irgendeiner Art und Weise zu verfolgen. Einfach nur, weil ich mir die Fingernägel lackiert habe. Diese ganzen Beleidigungen wie Schwuchtel, Homo oder sonstige Dinge, die ich da unzählig in meinen DMs habe, die machen mir nichts aus, die stören mir nicht. Ich bin es gewohnt, dass ich Gegendruck bekomme. Ich bin gewohnt, Hate zu bekommen. Das ist etwas, das kratzt nicht wirklich an mir. Ich fühle mich da eher noch bestätigt in meinem Tun. Aber dieses Mal ist es ein bisschen anders. Nicht irgendwelche Leute aus irgendwelchen Communities, die mich sowieso nicht verfolgen, beziehungsweise eh nur am Haten sind, sind da jetzt vorreitend, sondern tatsächlich Leute aus den eigenen Reihen. Leute, die mich jahrelang verfolgt haben, die mich jahrelang unterstützt haben, wenden mir jetzt den Rücken zu, schreiben, sie wollen meine Videos nicht mehr sehen, beschimpfen mich aufs Tiefste, beleidigen mich. Und das nur, weil 10 Quadratzentimeter meines Körpers mit einem schwarzen Nagellack versehen sind. Auch wenn es sehr banal klingt, aber das passiert tatsächlich gerade. Ich habe mein Leben lang Fingernägel gekaut. Ich habe mein Leben lang sehr hässliche Hände gehabt und habe im letzten Jahr immer wieder mal Männer gesehen, die Nagellack tragen. Sei es Virgil Abloh, unterschiedliche Künstler, Ace Abrocki, Post Malone, verschiedene Rapper, aber auch unterschiedlichste Leute. Und ich habe das immer wieder ganz nice gefunden, hatte aber für mich nicht die Möglichkeit, das zu machen, weil, ja, mit Nägelbeißen, wenn du da dann noch ein bisschen Nagellack drauf machst, das sieht einfach furchtbar aus. Ich habe im letzten Jahr aufgehört damit, was für mich schwierig war. Ich habe das mein Leben lang gemacht und hatte somit mal die Möglichkeit. und habe halt hin und her überlegt, habe das einer Freundin erzählt und die hat dann das Ruder in die Hand genommen und mich überrascht mit einer Pediküre, äh, Maniküre. So, ich bin da noch nicht so ganz gut im Game. Mit einer Maniküre, hat mir die Nägel gemacht und ich habe es cool gefunden. Ich habe, so wie ich es auch erwartet habe, sehr viel Hate dafür bekommen, sehr viele negative Kommentare, aber das hat sich noch in Grenzen gehalten. Als ich aber dann ganz normal meiner Arbeit nachgegangen bin, meine Streams gemacht habe, meine Vlogs gedreht habe, haben sich die Kommentare gehäuft. Wirklich viele Leute, die mir deutlich gemacht haben, du bist für mich jetzt ein anderer Mensch, du bist für mich ein Homo, du bist für mich uncool geworden, deine Nägel triggern mich so, ich kann mich dir nicht mehr geben und ich finde dich auch gar nicht mehr lustig, einfach aufgrund deiner Nägel. Und das ist mehr und mehr geworden, habe mir aber dann auch noch nicht sonderlich viel überlegt und habe mich, wenn ich mich angegriffen fühle, dann gehe ich sowieso in eine, in eine, also nicht aggressive, sondern in eine offensive Haltung und trigger da extra noch, habe dann gestern auf meinem Instagram auch nochmal, meine Nägel haben schon furchtbar ausgesehen, wir haben die nochmal neu gemacht und mir gefallen sie persönlich sehr, sehr gut und dann ging es halt los. Also als ich heute aufgewacht bin, es sind einfach 3.000 bis 5.000 Nachrichten. Im Minutentakt bekomme ich Hate und es gibt Leute, die mich einfach nur aufs tiefste beleidigen, mich zum Teil auch bedrohen, einfach bedrohen, wegen Fingernägelack. Das sind Leute, die haben anscheinend die Angst, dass ich mich als Person jetzt verändere, zu einem anderen Menschen werde, teilweise bin ich ein Vorbild von ihnen und die möchten nicht, dass ich mich verändere und dieser Nagellack gibt ihnen ein Anzeichen dafür, dass ich jetzt bald keine Ahnung, was für eine Person bin oder keine Ahnung, meine Sexualität hinterfrage, nur weil ich Nagellack habe und selbst das würde mich nicht nerven, aber mein unternehmerisches Ich sagt mir, ist es das alles wert? Die jahrelange Arbeit, diese jahrelange Community und Army, die du dir aufgebaut hast, an Leuten, die hinter dir stehen, die dich supporten, ist es das wert, da einen großen Teil zu verlieren, deine Karriere zu riskieren, einfach nur, weil du jetzt Bock hast, dich auszuprobieren, ein Experiment zu machen und dich neu, keine Ahnung, einfach nur Nagellack zu verwenden, weil du es cool findest, ist es das wirklich alles wert? Und mein unternehmerisches Ich sagt ja ganz klar, nein, das lohnt sich nicht, du verlierst nicht nur Teile deiner Community, du verlierst nicht nur deinen Support, sondern auch deine Firma ist in Gefahr. Weil klar, da gibt es vielleicht Kunden, die finden das nicht toll, aber die fühlen sich so sehr davon getriggert, wie ich mich als Designer style, dass die dann meine Produkte nicht mehr. Und das sagt mir mein unternehmerischer Sich. Und auf der anderen Seite denke ich mir einfach nur, what the fuck, wieso kann ich nicht einfach mich selbst ausprobieren und das machen, was ich möchte? Ich werde mich nicht verändern, einfach nur, weil ich Nagellack drauf habe. Und das ist ein Zwiespalt, den ich gerade habe, den ich auch so auf Instagram geteilt habe und ich weiß einfach nicht, wie ich da jetzt weiter tun soll. Ich will einfach nur mein Ding machen und ich finde es halt einfach cool und ich habe auch keinen Bock, den Leuten zu erklären, wie cool und angesagt das ist. Wie viele Rapper und Designer und andere Leute das tragen oder wie angesagt das vielleicht sein kann, ist mir komplett egal. Ich fühle es halt einfach irgendwie. Ich finde das cool, ich finde das nice, irgendwie mal schöne Nägel zu haben. Es ist ein neuer Ausdruck so für mich. Ich kann andere Farben verwenden, ich kann die zu meinen Outfits anpassen, wenn ich möchte. Ich habe mir hier so ein MEM-Logo drauf gemacht, einfach weil ich es witzig finde. Es macht irgendwie Spaß und ich finde es schön, mal auf meine Nägel zu sehen und irgendwas zu sehen, was ästhetisch aussieht. Und das kann ich jetzt nicht oder wie? Oder da muss ich jetzt abschätzen, inwiefern sich das wirtschaftlich für mich auswirken könnte oder ich muss mich einschränken oder das, was ich hier mache, was mein Hobby ist, was meine Leidenschaft ist, das ist jetzt irgendwie eine Gefahr, einfach nur, weil ich Bock auf Nägel habe. Also I don't know, es ist wirklich ein krasser Struggle gerade und das bin ich so nicht gewohnt. Also ich bin schon gewohnt, Hate zu bekommen. Ganz ehrlich, wie edgy bin ich und wie oft habe ich die große Fresse. Das ist, Gegendruck, das kenne ich. Aber wenn es dann so weit geht, dass mein Unternehmen in Gefahr ist, dann schaltet sich halt bei mir was anderes ein. Und ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Ich bekomme auch sehr viel Zustimmung von euch. Also vielen lieben Dank an jeder, die sagen, ist mir doch wurscht, ob du lackierte Nägel hast. Ich feiere dich, ich feiere deinen Humor, ich feiere deinen Content und ich schaue weiter deine Videos. Das ist, glaube ich, noch so der erwachsenste Einstellung, die man haben kann. Aber es ist halt auch wirklich ein großer Teil, der das Ganze jetzt in Gefahr bringt. Einfach nur, weil da Nagellack drauf ist. Ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich möchte mich auch nochmal persönlich und nicht nur in Form einer Nachricht auf Instagram zu diesem Thema melden. Ich habe auch im letzten Video noch Jokes drüber gemacht. Aber ich sehe es halt auch an den Nachrichten und an den Views, dass das anscheinend ein Thema ist, was so viele Leute aufreht. Es ist zu krank. Ich probiere halt einfach was aus und momentan fühle ich halt andere Dinge, wie auf einmal einen Buckethead oder meine Gucci-Brille. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich normalerweise mache, aber ich verändere nicht aktiv meinen Style oder versuche irgendwie extra was zu machen, sondern mein Style entwickelt sich dadurch, dass ich irgendwelche Dinge cool finde. Ich habe mich gerade direkt angesprochen, wenn man so lange redet soll. Dann passiert das einfach. I don't know. Freunde, ich weiß auch nicht, wie ich das Video nenne oder sonstiges. Da gibt es Leute einfach auch, nicht nur, dass die mich beschimpfen, die drohen mir dann auch. Keine Ahnung, Bro. I don't know. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Das ist einfach das aktuelle Thema. Sagt mir, wie ihr dazu steht, was ihr zu dem Thema meint, was vielleicht eine intelligente Herangehensweise wäre, aber wenn ich das rein unternehmerisch betrachte, soll sowas vielleicht einfach nichts sein. I don't know. Diesen Sinne, Freunde, danke für jegliche Form der Aufmerksamkeit, um es wie Herrn Newstime zu formulieren. Wir sehen uns ganz normal im nächsten Video. Es wird eine Überraschung geben am Sonntag. Ich habe da schon vor Wochen ein paar Dinge geplant. Da gibt es einen Aufruhr mit diesen Friends and Family T-Shirts. Was ich mit diesen vorhabe, seht ihr dann am Sonntag. Und nächste Woche Freitag ist dann nochmal der Retouren-Drop. Das heißt, für all jenen, die bei M&M nichts bekommen haben, haben dann da nochmal die Gelegenheit. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war's von mir. Euer gleichbleibender Maximilian. ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.